Why is no one killing these things? Brutus. Wenn der Spawn wieder bei mir. Mhm. Ja. Danke. Schön. So, ich kaufe mir jetzt mal Ammo. Passieren, ob ich jetzt gleich... Ich mach's nicht. Zu spät. Bei Mule Kick, da sieht man unten noch so ein bisschen... Nein! Das Viereck. Also, die Kanten vom Viereck. Wurde schlecht rausge-Photoshopped. Mhm. Könnte von dir sein. Vor allem PHD vorüber so übelst leuchten, Mule Kick und Double Tap so übelst... Ja, sagen wir mal matt. Speedcoder vielleicht auch noch. Oder eigentlich alle, bis auf PHD, Deadshot und Staminup. Deadshot hab ich gar nicht. Schmatt gehalten. Oder kauf's dir mal. Hast du einen dicken Laser-Pointer vorne dran? Der dicken Laser-Pointer. Laser-Pointer. Ja. Oh, Bauheld mir doch... Oh, also, wie komm's da raus? Wie komm's da raus? Das geht nicht. So, ein Double-Pointer. Oh, ne. Dark Machine. Solar-Strahl! Bissasar! Was? Fuller-Strahl? Solar-Strahl. Achso, Solar-Strahl. Boah, lass ich nur los mit Solar in Ruhe, Alter. Hab schon in der Schule gerade. Beste. Solar-Energie, Alter. Übel schweres scheiß Thema. Loll, Bastard, dein Headshots. 2-3-4. Löl. Löl. Der Erfmaschine weg. Rektor. Pisser. Mal, Bastard, hast du dir die geile Kette da zerstört. Kette-Kette. Geil. Ich mach sowieso gleich wieder ein paar mehr Headshots. Ich komm wieder in eine coole Zahl zustande. 888? Ne, so weit kommen wir glaube ich nicht. Ah, doch, Brudi. Oder müssen wir nicht kommen. Sagen wir uns mal, ja, so. Oder 666. Oh, ich kann mal dort locker hinkommen. Cock-Blocker. Cock-Blocker. Noch mal dir einen. Du wurdest gekockt blockt. Boah, Hammergeil. Warte, Double Tap nehme ich erstmal, wenn ich sie alle angetrend hab. Double Tap. Was hab ich denn? Double Points. Double Points. Du solltest weniger Zombie zocken. Sei ruhig, Nikolai. Mhm. Das sind die ganzen Zombies, sind nur so wenige bei mir. Ja. Bryce hat gesagt, was hast du da für ne Waffe? Dual Barrel Dings? Ja. Oh, oh, Spawn Point hinter mir, Spawn Point hinter mir. Nicht. Schön. Oh, tschüss, Mama. Die Hose kommt da jetzt schon wieder bei mir, Mann. Da kommt er bei dir. Ich krieg gleich so einen übelsten Raketenwerfer. In der Fresse. Wo ist die Hose? Aber wo ist denn der jetzt gespawnt? Sag mir jetzt nicht, der ist verbuggt. Also nochmal zurück, ich schmerb echt nicht. Ne. Ja. Ja, ich glaub der ist wieder verbuggt. Ich suche nur nachher einfach, der wird schon irgendwo kommen. Ne. Sieh mal, wo man den Nuke vielleicht spawnet er irgendwie neu oder so. Die Gegenfrage, warum? Ja, ich verarschen. Können wir einen? Wieso zählt der als Zombie? Ich geh mal in die Kiste. Oh, ne, hier sind zwar der Zombie. Ja, ich geh erstmal in die Kiste. Das war einigerisch. Mach's dann nimm du den mal kurz. Box? Wieso eh? Ich will den Deadshot holen, ne? Achso. Laserpointe haben. Also die Box ist da, wo es, glaub ich, ganz am Anfang mal war. Ja. Spawn, also ne, nicht Spawn. Äh, unten im Labor, glaub ich, oder? Ja. Oh, geil, Sniper. Boom. Als normale. Das jetzt. Ich hab' das jetzt. Ich hab' versucht. Was hast du gemacht? Ähm, warte. Einfach mit, äh, so wie so, wie so'n Staubsauger. Mit'n Stück. Blöde in den Mund zu, zu, wie heißt das? Ja, ganz saugen halt. Saugen halt. Äh. Aber ich hab' mich grad' fast verschluckt. Ja, aber es geht immer mal schief. Äh. Äh. Ah, beim Let's Play verrecken. Ist doch auch geil. Sag' bitte nicht Let's Play. Das ist ein scheiße Wort. Kann man halt's Maul denn. Oder zwei. Ne, das ist einfach nur. Einfach nur zocken. Let's Play. Lass uns spielen. Darum muss ich mal denken, wenn ich Let's Play höre. Kann ich kotzen, kann ich. Ich denke immer voll an Krunk. Äh, nix gegen Krunk, ja. Nein, Spaß. Krunk. So, ist denn jetzt hier? Muss doch noch ein Schädel geben. Oh Gott. Komm mir bei sich schlossen. Alter, ich muss fließt aufs Klo. Außerdem muss doch da irgendwas da freigeschaltet werden. Du musst denn jetzt Deadshot, Mann. Deadshot ist. Alter. Bei Chuck ein bisschen war er raus in den anderen Raum rein. Da wo die ganzen Waffen liegen. Görschleweiß und so. Ups, oder? War schon viermal drin im Raum. Oh nö. Oh nö. Bryce, kannst du mal hier bitte auf mich aufpassen? Weil ich muss mies aufs Klo, Booty. Ja, geht doch. Ja, der verwirrt sich nur damit, ne? Die. Entschuldigung. Komm, der Winter. Was? Rein. Ruf, 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 Ruf. Ruf, Ruf. Ruf, Ruf. Ruf, Ruf. Ruf, Ruf. Was ist mit Ihnen nur nicht in Ordnung? Keine Ahnung, Mann. Ruf, Ruf. Ruf, Ruf. Ruf, Ruf. Ruf, Ruf. Ruf. Ruf, Ruf. Ja, wo war denn die Kiste? Nochmal. Der, der andere Kist muss. Ja, wie hab ich das Gefühl, dass sonst nachher irgendjemand bocken zufüßen wird. Uh, bocken. das ist von einem der dieses von uns vor allem ich wollte noch nicht sehen vor allem nicht nur im märk okay das sieht doch aus hat eine geile Kamera kann ich nicht wegkommen wenn der Zombie da ist du musst entgegenlaufen weil wenn ich jetzt so die ganze Zeit lauf damit man die splitten können ja da wurde mit Killingen aber die Rebellion was nicht irgendwie ein Lied auch keine Ahnung ich wollte eine kiste oh wie behindert der mit Pfannegun Schwenchgun Alter 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 ein Raster größer Track oder was? ja okay die ganze Zeit Ungenuss Ungenuss oh ok doch es geht aber ich brauche noch eine Waffe die normalen Schuss benutzen aber es nur wie ja ich hab nur Rebellion Wave Gun ja Thunder Gun ja Ray Wave und Thunder Gun Aaaah down nö nö un Portofi Officer Tunicigun will jetzt sol ein paar Stahl noch loswerden glaube ich äh Tötting aber wie lange ist er wir leisten der Kock von mir guck mal nach oben, ich schieße mal nach oben Oh, das ist sinnig Rauchschwaden davon bleiben irgendwie nur hier unten ja und so durch, Mann, was macht ihr denn? Kacken oder was? das war auch dagegen und die töten mit dem Zombie bleib du mal oben, ich suche mal weiter nach dem Schädel oder so Oh, Mann ist das ein Abfuck schön gekackt das war wie der Typ spawnt nicht echt jetzt? der ist nicht gespawnt Bauer ist er bei dir? ist er bei dir Brutus? oh jetzt oh jetzt doch der ist bei dir komm hoch hopp 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 ich hab ihn gekillt achso guck dir den fetten Strahl hier an oh Mann oh Mann jetzt ist er weg ja doch nicht, jetzt bleibt er auf einmal da wenn ich wieder drinnen stehe na, ich hab noch einmal geschossen ne, eben ist er weggegangen wenn ich drinnen stande so naja ja mal weiter so gucken ob die Fahrrad gut ist hier ja ja, punch mich zweimal alter ja das ist Munition ja, kannst du auch mal nehmen gut hä, wo sind die? soll mich auf einmal hin hast du gekillt, Bauer? Nein Nein Piii Piii haha bin ich nur gewundert, wo die auf einmal hin sind oder war Max Ammo wieder jetzt bring mal der TommyGuard rein TommyGuard und euch schon Feuchtgebiete angeguckt? nein muss man so ne Scheiße sehen? ja ne allgemeine Bildung also ich würd nicht reingehen äh, hast du doch schon geguckt mit deiner Freundin, seid ihr ehrlich hast du auch ne Freundin? ich hab ihn zwar schon geguckt, aber würde keinen wieder empfehlen ha giii ha hm hm das ist einfach nur rand sich dafür hm ja, der ist so ecklich wie du also extrem randhaft oh ja so la pretus was andere Tankstelle finden finden Doppel, muss ich. Fall, muss fall. Double points in Insta, nice. Jetzt noch mal Double points. Warte. Gute Geschichte, Bro. Nimm's kurz vorweg gehen. Was haben wir ohne Obst, oder? Was? Was haben wir ohne Obst? Ja. Kernobst. Doppelst. Der Knecht ist schon wieder bei mir. Aua, warum taserst du mich, Mann? Tachst du nicht mehr. So, gestern Abend hast du mir was anderes erzählt. Du stehst auch schon. Hm. Hm. Ja, ich und Ryzen zusammen. Hm. So, bald haben wir die ersten 100.000 schon mal geschafft. Oh, B. Oh, B. Oh, B. Oh, B. Oh, B. Oh, B. Ich drehe Wicked in Insta. Weißt du, bei dir müssen wir auch schon viele spawnen. Wir haben fast gleich viele Kills. Bei mir? Ich war schon 333, Alter. Geil. Na ja, wir haben fast gleich viele Kills. Also, wir müssen halt hier auch ganz schön viele spawnen. Ich meinst keine Punkte-Kills mehr. Entschuldigung. Element 333. Ja, Patrick. Was gibt's doch an? Patrick bang. Gott! Ich will wieder raus. Was nehmst du die denn? was nicht so erledet war er ist auch gleich nehmen können und nicht wenn es auch alles bohren spiel auf die Sitterlöschen gespawnt wo der tot war aber jetzt sind noch mehr gespawnt nein jetzt haben wir elf Zomys gespawnt ja elf Zomys wo ja das wären locker schon mal 1.000 für Wunderbund wow voll doch nachher nachher fangt mal nachher fangt mal bei 2.000 äh 240.000 also und dann hätte ich da noch ein paar Glitz gemacht und dann kurz vor Ende 1.000 von Wunder fehlen ich stehe vor dem Schalter ich kann es nicht kaufen direkt schon kacklappen ja tja wer hat Granaten hier an zu werfen wo ist da war eins ach ich warte das mal oder auch nicht ja jetzt habe ich die scheiße aufgenommen hm scheiße hm hallo äh wenn ich folgen weiß es gibt nie meine Hände also meine Hände sind nass ach scheiße na was halt bloß rrrr 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 warte mal was was da wie war eigentlich games komm ich wollte es jetzt ja nimm wieso games kommen ich war doch nicht total wie ich denn wir haben uns da danach nicht mehr gesprochen so ruhig bist du ja lass mich doch ich komme nicht auf die games von Box hier auf deine schöne dicke Nase Alter wox ich wox ich dir noch im Kopf ja weil du stiegst nach Berg ja jeep alter ich bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen den Abend alter hat doch mal ein W3 gezock glaube ich ja was war denn dann war das ein Randy oder was ne ne das war warte brrrr das war irgend so komisch das war irgend so komischer Typ den Juli eingeladen hat oder Weber über den man lemond gewinnen durch Ethico haha Weber hat vielleicht die angeschrieben aber more wahrscheinlich vor Ort Chor ob Ja h Hörifriges Wir wollten doch ges- da getrumpen Ich hatte schon den Vornamen im Mund gehabt, ich hatte gerade gesagt gehabt Dahintens links im Eww Und was da heißt bei Facebook? Timo The Road Watcher. Nein. Genau. The Road Watcher. Jules. Ich hab so Bock auf. Ich hab so Bock auf das 2-faktor Album. Oh, jetzt mach ich keine Prüfung. Woah, scheiß N-Nate! Wasch mal, Alter! Hau ab! Hier, Bude. Spät, Korner, Spät. Ich kann die Scamper eigentlich wegmachen. Wurde ich mir lieber ne Punktewaffe. Ne Punkte? Ja, Thompson ist am besten eigentlich, oder? Ich hab ja ne Tommy Gun. Ich hab auch ne Tommy Gun. Wurde ich mir lieber, was weiß ich, ne MG als Trittwache oder so. Was hast du denn? Ich muss das tun. Guck mir schnell mal dir. Hast du die Box noch am Spawn? Ne. Nee, ich ist das nicht mehr am Spawn, Mama. Wie nüs.